Vor ein paar Wochen war ich zum ersten Mal bei der Leipziger Buchmesse und davor war eine Lesung in Berlin. Aber ich habe das Video zu lange nicht geschnitten und deswegen kann ich nur mehr so circa nacherzählen, woran ich mich noch erinnern kann. Wir waren insgesamt zu fünft nach Berlin geflogen. Vier Autoren und unser Verleger Ralf Klever. Ich hatte mir ein Airbnb genommen. Ich sitze hier schon ein paar Minuten, als mir auffällt, dass ich ein zeitraffer Video von einer scheiß Baustelle gemacht habe. Also der Plan ist auf jeden Fall, dass wir heute eine Lesung der Buchhandlung Tuchholzty haben, in Mitte und morgen ziemlich früh um 7 Uhr nach Leipzig fahren zu Buchmesse. Okay, ich habe mich dazu entschieden, was essen zu gehen, aber es ist irgendwie ein Geisterbahnhof. Ich weiß nicht, ob hier jemals irgendwas kommt. Legende besagt, dass schon seit 78 hier kein Zug mehr eingefahren ist. Ich suche gerade mein Lieblings-Katz-Huton. Ich suche gerade mein Lieblings-Katz-Huton-Restaurant. Ohne Google Maps wäre ich sowieso aufgeschriffen. Nachdem das meine erste Lesung in Berlin war, war ich ziemlich nervös. Insbesondere, wie mein sogenanntes schwieriges Buch ankommen würde. Die Lesung beginnt gleich. Und ich bin schon in der Bekommnung in meinem Lese-Eck für Kinder. Lesungen sind Lesungen sind Lesungen. Man liest sich selbst Dinge vor, mit denen man eigentlich längst unzufrieden ist. Zum Glück konnte ich Richard Schubert zuhören und sah ein paar Zaubertricks des Prater-Dulos. Alles noch nie gesehen. So, Lesung vorbei. Heimweg. Morgen 7 Uhr. Tagewache. Und herzlich willkommen bei der Leipziger Buchmesse. Die Massen strömen im Stechschritt in die Halle hinein. Irgendjemand hat die Leipziger Buchmesse als heimelig im Vergleich zur Frankfurter bezeichnet. Ich fand sie megalomanisch und war absolut verloren. Ich habe keine Ahnung, was ich hier eigentlich mache. Ich habe überhaupt keine Agenda und Streifen, Trabande, die ganz einfach ziellos ist diese Hallen. Und schau mir Bücher an. Es gibt ein gravierendes Problem, nämlich suche ich gerade Timo Franz. Einen guten Freund von mir. Und ich habe aber nicht seine Telefonnummer, sondern nur seinen Facebook Messenger in Kontakt. Und hier gibt es kein Internet. Auf der Leipziger Buchmesse gibt es kein Internet. Ich habe ihn dann aber doch gefunden. Und Robert Brosser auch. Auf irgendeiner Leseinsel im fünften Halte. Leib sein als Aufgabe. Jetzt ist die Frage als Aufgabe im Sinne von Arbeit oder als Aufgabe im Sinne von Aufgeben? Aufgeben. Ja? Ja. Wofür schlägt dein Herz? Tirol. Zu zweit auf einer Buchmesse sein ist schon wesentlich erträglicher. Warum wir auf der Buchmesse sind, das kann dir niemand, der hier unten geht erklären. Du hast gerade ein Buch rausgebracht. Ja. Das verstärkt die Sinnlosigkeit. Und das war alles, woran ich mich erinnern kann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.